Hallo Leute, Willkommen zurück zu Let's Play Max P und, da ist ein erster Hilfe-Klaster, ich hab mir gehört ja, wir laufen einfach weiter, was ist das, ey? Kommt ein... Ey, kann er nicht einfach durch die Bomben runterkriegen? Ah ne, kann er natürlich nicht, der ist so gut, okay Ach egal, kann aber weitermachen Ja, auch nicht schon wieder Das ist hier, der brennt, da kann ich nicht durch Das ist hier, hier brennt er auch, ach das hört auf Okay Okay Ich meine, das ist gut Okay, ja endlich Oh ja, das gehört auch auf, okay Was ist da? Mal sehen Mal sehen, Munition ändern Der benutzt noch einen neuen, ey Oh Alter, woher kommen die? Ja toll, wir kommen hier durch Achso, durch ist er Okay Mann, bin ich heute krank Hier ist auch ein Schmerzmittel Okay Was ist hier? Oh, Scheiße Oh Mann, verdammt Was ist hier? Was ist hier? Außer eine Granate? Oder Granaten? Oder irgendwas? Was heißt Ein Monitor Der Monitor zeigt mir den Wie Ein Aufzug mit dem Namen D6 Auf einem der Bildschirme Irgendwo voraus und herein von Höfen im Herzen der Anlage Okay Okay Wo wo kommt die her, ey Wie lange mein Where's Wo kommt der? Mach von da Warum kriegst du den Karma Komm her Oh, wie denn muss Jetzt fängst du da den Raum Jetzt komm schon Ja, endlich gut möglich und gut und das recht auf die Doppel Euro und das hat die Augen zu mir was ist hier jetzt? Oоворrr, verdammt! ok jetzt schauen wir uns noch... ich schalte den übersichert rein nicht ich hab Angst hier ist bestimmt irgendwas da ist so unten aaaaaaaaaah juhu Ah, hier ist die D6. Bei uns. Oh! Verdammt! Hä, woher ist die D6? Ja! Geschafft! Ja! Feuchtung! Hm, hm, woher darf ich hier? Unter dem Stahlwalzwerk befand sich ein alter Bunker da an. Okay. Dann geht's weiter. Oh! Das kann sie nicht tun! Meine Männer sind noch da drin! Verstehen Sie jetzt, wieso das hier Operation Dead Eyes heißt? Oh, los geht's! Achtung! An alle Mitarbeiter! Die Selbstzerstörung... äh, was? Sequenz? Sequenz? Achso, Sequenz. Wurde aktiviert. Evakuieren Sie den Komplex umgehend. Ich wiederhole, die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Begeben Sie sich umgehend zum nächsten Ausgang. Warum ist das Z da hinten oder wo? Wo, 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 wo! Hatschert! Okay, was machst du da? Wo? Wuh! 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 Wer ist jetztlich? Da! Harm! gut gut ok ach wer nicht verweckt ich jetzt? come out! der lebt immer noch ey hat der irgendwas noch? 4 boom 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 oh wie geil hä? der lebt immer noch mal Sporten äh weg ey gut so ok hier haben wir dazu und magazine und was ist hier? ein Lektor wie alles andere im Fall Boykir war mit der Schließcode eine Beweze war mit der Schließcode eine Beweze ok was ist hier? ja denke ich schon oh da ist schon wieder dieses Feuer ja gut so geschafft äh der Chemiker hatte vor seinem Tod die Arbeitsstattung genutzt ok ach keine Ahnung was er fand egal ja geschafft kommen wir da durch? nein oder? ja wohin dann? wieder zurück wo hat jemand ein Laptop? ach wer hat das geöffnet? ok wow wow was ist hier? nix bis jetzt hey holen sie mich hier raus ich bin unschuldig mach dich mal lockerer ich bin hier um zwei äh beide raus zu holen komm mal danke ich war mir schon sicher dass ich sterben würde tja tja da sehe ich schon mehr tja jetzt bist du schon tot du hattest doch recht äh äh dies hier als du stand äh verschlossen vor mir äh geheimnis wie das ok ist so geschlossen was kann ich jetzt wieder machen? ah da was weiß ich er hat richtig gedacht er war hier gestorben ja ich würde seinen Tod nutzen um mein Leben zu retten ja er nimmt die Schlüsselkarte oder sonst was oh jetzt ist hier offen ich muss es hier äh gleich wieder direkt nein doch Block A ähm was muss ich hier machen? wieder zurück oder so? ich denke schon ähm ist hier was die Laptop wieder hier war ich doch mal so ah ne man hey man ein Leben noch ey Leute ich mach dir mal einen Cut ich hab vor lang also wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder bis an